so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge vorlott 76 ja jetzt machen wir es und wie gesagt in der folge das ist ein ganz komisch geräusch hatte ich weiß nicht ob man das wenn man sich das ein video mal lauter anhörte so auch mal das rauskriegt oder auch hier das raushört ich will es auch nicht vielleicht mal bei der nächsten wackepuppe dass ich da meinen sound mal volle pulle stelle und mir die ohren abfallen aber ihr es hören könnt wir probieren das mal bei der nächsten wackepuppe ich höre das perfekt und nicht bloß ein hund denn hin der hunde und da ist hier noch näher ja auch da und das tut man nicht nicht bloß er noch da ist noch nicht so schnell was das jetzt wo ich wohl noch eh noch wo denn es ist noch mehr jetzt reicht wirklich so wie gesagt ist ein ganz komisches geräusch auch mal nicht auch mal nicht ist hier ist hier bei mir schon wird auch hier aber zwar auch nicht aber dass wir beim dient auf der nase draußen bestimmte macht nie auf so komische geräusche rezept was gezogen aber noch mal hier rein und natürlich mit um kann man zu legen ist und nicht schlecht kleine sache hier eine alte nähe maschine als eben wenn wir dann eben auch mit aber die bank kann die wärme zu legen glaube ich ich will es ist auch nicht hier waren wir noch nicht drin wir luden erst mal hier kommen hochzulegen ist es nicht holz haben wir nicht holz auch markiert oder habe ich das bümpel hat holz was hat kupfer das muss man nicht er ist noch nicht fertig mit ohne blechkanne ströner salz bitte und wir haben salz 4 früher was oder was eben noches geld jetzt zu legen oder was draußen noch etwas zu bluten ich muss gleich mal so schreut erst mal ein schrott zu legen abgewärten wo gut die waffe machen wir eh nicht wenn du mal vielleicht noch was raus leitung der dritte war war ja die nemaschine so jetzt haben wir alles geschlossen das müssen wir jetzt machen also ich bin dabei aber ich glaube das habe schon gemacht aber weil nur die quest nicht zu ende gemacht haben ich drücke mal die falsche taste wo war das wo war das neue hier aber weil wir die quest nicht zu ende gemacht haben wenn jetzt dann glaube ich wir müssen nämlich in dem wohnwaren wir doch das letzte mal auch schon jemand hier gebaut wo alle zugeschlossen wo alle zugeschlossen Ach, hier sind wir doch hier. Aua, da wollen wir doch hier noch, findest du? Doch, ehlo. Gestalt. Doch, ehlo. Das ist wohl das jetzt, das ist von oben nach unten geflogen, oder was? Ach, ich will das schon mal machen, das ist ja jetzt auch schon mal hier. Das Campo hier, glaube ich, das Campo, aber ich glaube, das Campo, kann man ja da nochmal reinhören, wir laden jetzt aber auch schon mal die Dinger hoch. Also ich kann es mir echt bloß so vorstellen, weil wir es nicht abgeschlossen haben. Also müssen wir die Quest voll abschließen. Was? 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 Ich bin auch mit jetzt. Das hier auch vielleicht, ne? Ja, denke ich mal, oder? Ja. Hat man beim letzten Mal nicht gemacht, ich bin mir nicht sicher. jetzt ist abgeschlossen oder oder ist es wirklich dass das immer täglich ist das und das wirklich wenn man sich einloggt immer wieder machen kann ich ja schöne belohnung xp ist jetzt nicht der härte sollst du jetzt ist das hier auch weg das hat wahrscheinlich dazu gehört heute nicht an die ich will so wollte eigentlich noch den schrott da oben habe ich hier um das haus rein ist hier drinnen die tue ich mache hier ist hier eine tür drin das dominein ist ja kaputt ist klein ich glaube in der weißsuppe in wachen leben wird schon die ersten und ich glaube ich lieb ich habe ich nie es auch kaputt oder mein letztes mal hochgekommen hier hoch prüfen wir euch irgendwie ich bin schon wieder vergessen wie wir das letzte mal hier hochgekommen na schön so vergesslich bist du ich glaube wir sind durch die tür ich dachte wir sind durch die tür und sind dann von gegen gebäude aus rüber richtig ob man hier euch und wie lang hört an das muss ich weiß nicht mehr wie man da hochgekommen sind keine ahnung jetzt mal auf der karte gehen jetzt ja ja wir melden uns es wird noch eine längere quest aber die können wir wahrscheinlich sind noch so zwischen brüch machen wo wir da trennen müssen wir uns auch unsere power rüstung mal einziehen wo wir sind jetzt mal da ich würde sagen hier ziehen wir uns der pausen weil hier ist schon ein bisschen was los in dem ist ein quasi konto hinten oder was oder wir gucken einfach jetzt schon los kann ich nicht die waffe ziehen ich bin schwachen wir lassen hier alles explodieren ich kann nicht nachladen hallo aber heute nicht so richtig ganz weit auch sache noch mehr da war doch noch gar nicht ganz kaputt hallo da war noch gar nicht ganz kaputt oh wo noch abwartung noch ein bisschen doch stehen ja 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 Ah, gut. Ähm. Die Seite. Mit. Gampflinte nehmen wir auch mit. Die Pistole nehmen wir auch mit. Oder vielleicht unsere Pimpen. Neue noch. Ja, da ist echt viel los, ne? Da ist ja auch mal weg. Äh. Oh. Ganz schön viel los. Mit. Ja. Wir vorne gekillt haben. Ach, das ist doch so eine stehende Leiche, oder? Dass die schon dort ist. Und dort ist. Oh, schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Ich brauche die Pimpen. Oh, Gott schön. Oh. Oh, Gott. nicht der roboter macht nix oder was den gefällt das bist du händler händler wert holt da können wir alles verkaufen außer strom hier wäre jetzt muss man behalten dann kaufen sie ein paar zerstörungswerkzeuge am flinde ja möchte ich mir eigentlich machen ist so ein fröhlicher damit da würde ich so bleibt verkaufe ich waffen und munition über halber am flinden habe ich mir jetzt eigentlich habe ich nicht am flind oder habe ich nicht beim kann ich glaube es nicht ab kann macht 4 und 8 level 25 da muss man sehen eine alte die mal für einen guten treff er hat sie wohl angeklappt so dass ich wieder hin doch und händler ach das ist doch hier eine question da müssen wir das dann nächsten folge machen erst einmal hierhin dort zu gehen wo wir hin müssen zu der markierung mein job office hallo haben ja noch teilweise normale kleidung und wegen du mal nicht mehr dahin zu denen sind sie das tut mir leid aber meine funktionieren nicht optimal na los ziehen sie sich um und melden sie sich an sie sind spät ich habe sogar schon den boss ihre wegen an gelogen gut das machen wir dann aber in der nächsten folge gehen hier noch mal schon und machen das dann in der nächsten folge somit bedanke ich mich zu sehen wie eure kommentare für eure likes mega daumen euch und tschüss